Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Goldene Weihnachten hier bei Berlin Vlogger. Ich habe ganz vergessen in meinem Plan einzutragen, was ich heute an diesem Tag geplant habe. Deswegen, da stand nur was durchgestrichenes. Und ja, deswegen hatte ich halt keine Idee, was ich heute mache. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mit, denn ich gehe jetzt Weihnachtsgeschenke shoppen. Natürlich werde ich die Sachen, die ich kaufe, nicht zeigen. Sondern ich nehme euch einfach mit als kleinen Vlog. Ja, ich fahre heute jetzt gleich mit dem Fahrrad hin. Vorher gehe ich nochmal aufs Klo, mache mich ein bisschen hübsch, ne? Ja, und dann wünsche ich euch heute auch ganz viel Spaß hier im Golden Weihnachtsprogramm bei Berlin Vlogger. Herzlich willkommen. Ja, meine lieben Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt ein paar Geschenke gekauft. Wir essen hier gerade so einen Käseteller. Mehr passiert heute eigentlich auch nicht. Also es war heute wirklich ein sehr, sehr, sehr kurzes Video. Ja, morgen habe ich eine Überraschung für euch, was wir machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf morgen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Einen schönen Dienstag, noch einen schönen, habe ich schon gesagt, einen schönen Dienstag, genau. Und ja, wir sehen uns morgen wieder hier im Golden Weihnachtsprogramm. Macht's Gute, ciao. All that I want this year for Christmas Is New Year's Day What's been on my mind I wanna make a bright na 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 I wanna make a bright na 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 You